Eingeklemmte Finger in Türen gehören zu den Hauptunfallursachen im Haushalt. Gerade im Scharnierbereich kommt es zu den schlimmsten Verletzungen. Der neue mitwachsende Fingerklemmschutz von Rea bewahrt Kinderhände vor schmerzhaften Brennungen an der Scharnierseite innen und außen. Sie können den Fingerklemmschutz besonders schnell an der Scharnierinnenseite montieren, indem Sie die Tür schließen und Staub bzw. Schmutz von dem Untergrund entfernen. Danach ziehen Sie die erste Schutzfolie von dem Klebestreifen ab und fixieren den Klemmschutz auf der Tür. So dass er bündig am Rahmen abschließt. Im nächsten Schritt entfernen Sie die zweite Schutzfolie und drücken den Klemmschutz am Türrahmen an. Der Klemmschutz schmiegt sich unauffällig und dezent eng an die Tür und verhindert eingeklemmte Finger. Der modulare Fingerklemmschutz lässt sich individuell auf die motorische Entwicklung und Größe Ihres Kindes anpassen, indem Sie ihn mit drei Elementen von 60 auf 120 und später auf 180 cm verlängern. Auch an der Scharnieraußenseite gelingt die Montage im Handumdrehen. Nachdem Sie die Tür geschlossen haben, entfernen Sie Staub und Schmutz von der Tür und dem Rahmen. Im ersten Schritt messen Sie den Abstand zwischen Türunterkante und Scharnier und übertragen das Maß auf den Fingerklemmschutz. Mit einer Schere können Sie ihn ganz einfach auf die gewünschte Länge kürzen. Danach entfernen Sie die erste Schutzfolie von dem Klebestreifen und drücken den Fingerklemmschutz fest auf die Außenseite der Tür. Ziehen Sie dann den Klebestreifen auf der anderen Seite ab und fixieren Sie den Klemmschutz auf dem Türrahmen. Dank handlicher und kurzer Module wächst der Fingerklemmschutz auch auf der Scharnieraußenseite mit und die Klemmgefahr ist gebannt. Er liegt bündig an der Tür an und ist so unauffällig und dezent. Durch die Klebemontage wird die Tür nicht beschädigt und sie lässt sich weiterhin wie gewohnt öffnen und schließen.